Ich bin Ranger22, Sebastian Laus, bin 20 Jahre alt und komme aus Deutschland. Während den sechs Monaten in der Ranger School habe ich viel Erfahrung gemacht, sowohl persönlich als auch fachlich. Wir hatten mit verschiedenen Charakteren zu tun, mit denen wir lernen mussten, ein Zusammenleben zu organisieren. Was ich auch über mich selbst gelernt habe, ist, dass ich meinen inneren Schweinehund mittlerweile leichter überwinde als davor, wenn man abends mal länger arbeiten muss und bis nach die Nachtsirene dort sitzt und noch etwas fertig macht und dann am nächsten Morgen um sechs Uhr aufstehen muss und beim Morgensport wieder alles zu geben, ist nicht immer einfach, sich da dann zu motivieren. Ebenso das Lesen. Ich bin normalerweise nicht so der große Leser. Und dann ein Buch mit über 600 Seiten, das grenzt für mich dann schon in die Richtung Ausdauersport. Dann möchte ich mich auch noch bei den vielen Referenten bedanken, die bei uns da waren und uns ihr Wissen vermittelt haben. Wir hatten immer eine schöne Zeit, und hatten auch viel Spaß, was auch sehr wichtig ist, da meiner Meinung nach eine Arbeit ohne Spaß keinen Sinn macht. Klar ist es nicht immer schön, aber da muss man sich dann auch mal durch diese Tage durchbeißen. Ebenso möchte ich mich für die vielen Teamerlegnisse bedanken, wie zum Beispiel die Highland Games, die mir noch lange gut in Erinnerung bleiben werden.